Ich wollte im Grunde Germanistik studieren, hatte aber kein großes Latinum. Das hätte man nachmachen müssen. Das hat mit meinem Schulweg zu tun, der eben nicht von Anfang an Gymnasium bedeutete, sondern ich war zuerst auf einer Realschule und durfte dann, das war der erste Jahrgang in Hessen, wo das möglich war, mit einem bestimmten guten Notenschnitt, ohne ein Jahr zu verlieren, in die Oberstufe des Gymnasiums nach dem mittleren Reifen. Das habe ich gemacht. Dafür mussten wir in der Woche acht Stunden Französisch lernen. Das war die Kompensation, aber ich hatte eben kein Latein und musste dann erfahren, dass man damit auch nicht Germanistik studieren kann. Und dann habe ich gemerkt, dass mir eigentlich die Wirtschaftswissenschaften auch viel Spaß machen. Und das habe ich dann studiert, vorwiegend in Frankfurt und dort habe ich auch Examen gemacht. Aber was ich mit dem Studium anfange, das war mir nicht klar. Nun muss man wissen, mit einem einigermaßen vernünftigen Examen, war damals, ich habe das gemacht, Anfang 1973, da konnte man sich aussuchen, was man machte. Also man hatte eine ganz große Anzahl von Angeboten und ich habe ja dann auch das gemacht, was mir am nächsten lag. Dann, ich war als Lehrbeauftragter und Dozent tätig, habe das sehr gerne gemacht, hatte aber einen Nachbarn, der kam abends immer aus seiner Firma und sagte, du kannst doch nicht dein Leben lang rezipieren, das geht ja nicht, also du musst ja mal was anderes, was Wichtiges machen. Das hat der drei Jahre lang gebohrt und dann ging ich wirklich zu ihm in die Firma und war sozusagen von heute auf morgen, ohne jede Vorerfahrung, Personalchef in einem Unternehmen, das damals 1100 Mitarbeiter hatte. Sehr spannende Zeit. Ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt, auch lernen müssen. Ich war immer einen Abend schlauer als der Betriebsrat, weil ich mich abends vorbereitete zu Hause. Dann haben wir am nächsten Tag gesprochen über Kurzarbeit, über Betriebsferien und all diese schönen Geschichten. Und Personalarbeit hat mir Spaß gemacht. Also ich habe das sehr gerne gemacht, hatte sehr gerne mit den Leuten zu tun. Dies war ein Betrieb der Metallindustrie, also hoch organisiert, 90 Prozent der Belegschaft IG Metall. Und da hatte man schon, da hatte man Gesprächspartner, die musste man ernst nehmen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, da hätte ich wahrscheinlich einige Jahre, ich war da nur zwei, zweieinhalb Jahre dort. Tja, und dann lernte ich einen Verlagsleiter kennen bei diesem Freund, der mich in die Firma geholt hatte und drei Wochen, nachdem er mich geholt hatte, rausflog, weil er Krach mit seinem Aufsichtsrat bekam. War ich also ganz alleine, was auch wieder gut war, konnte keiner sagen, das ist der Freund von dem Vorstandsvorsitzenden oder so. Naja, aber bei diesem Freund, der wir sie noch heute noch befreundet, der dadurch großen Einfluss auf meinen Lebensweg hatte, habe ich den Verlagsleiter des Spiegel Michael Nesslauf kennengelernt. Mein Freund kam ursprünglich aus Hamburg und er hatte zu einem Fest eingeladen, da ging es um die Taufe seiner Kinder. Ja, er hatte eine Frau geheiratet, die kam aus Venezuela und brachte einen Sohn mit, der war schon sechs oder sieben. Und die beiden eigenen Kinder wurden getauft, der war natürlich schon getauft, sollte aber einen Paten haben und das war ich. Deshalb habe ich eine kleine Rede gehalten auf mein Patenkind. Und der Michael Nesslauf, so hieß der Verlagsleiter, der hatte meine Frau zu Tisch. Und der fragte dann gleich, was, also mir ist das und was macht der? Und da hat sie gesagt, hat sie erzählt, dass ich Personal mache. Und da kam der Nesslauf am selben Abend und sagte, musst du unbedingt zu uns nach Hamburg kommen. Wir suchen seit zwei, drei Jahren der Spiegel Verlag. Jemanden, der sich um Personal kümmert und ich denke, du könntest das, habe ich gesagt. Das freut mich ja sehr. Aber ich habe bestimmt, ja, mehrere Wochen mich nicht damit anfreunden zu können. Und dann hat er aber so lange gebohrt, dass ich dann zweimal nach Hamburg kam und einmal mit Rudolf Augstein gesprochen habe und mit dem damaligen Co-Geschäftsführer Hans Detlef Becker. Also um die Geschichte kurz zu machen, das waren sehr interessante Gespräche, die haben mich dann überzeugt. Und dann bin ich nach Hamburg in der festen Absicht, ich mache das, wenn es gut geht, mache ich vier, fünf Jahre, dann macht man wieder was Neues. Wie gesagt, der Arbeitsmarkt war damals anders als heute. Das war 1980, ne? Das war 1980, ja. Also man hatte bestimmt einmal im Monat einen Anruf von einem Headhunter, der sagte, ich hätte da was für Sie oder kennen Sie nicht jemanden, der das machen könnte. Es war damals für Leute, die ein einigermaßen ordentliches Examen hatten, kein Problem. Man hatte ein großes Angebot. Man hat die Geschichte, die llev Bomben gehengt diese Dinge kurz zu laufen. Man hat Moslin gesagt, ich hatte mich aber nur noch nicht. Aber es ist gar nicht so, wie gewonnen hat. Untertitelung des ZDF, 2020